Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DeFi-Alpha-Video hier auf meinem Kanal und ich möchte mit euch jetzt ganz gerne ein bisschen plaudern über spannende Krypto-Projekte im Decentralized-Finance-Bereich. Diese Woche habe ich mich einmal näher beschäftigt mit dem Nier-Protokoll. Das Nier-Protokoll ist eine sehr junge und sehr innovative Blockchain und sie gilt vielen als ein möglicher Ethereum-Nachfolger. Manche sprechen sogar von einem Ethereum-Killer und ich habe mir diese Woche mal überlegt, kann ich das irgendwie ein bisschen nachvollziehen? Und deshalb habe ich mir ein Nier-Wallet installiert. Ich habe Nier-Tokens gekauft, ich habe sie aufs Wallet übertragen, mich im Ökosystem ein bisschen umgeschaut und konnte meine Nier-Tokens am Ende sogar für um die 40% APY staken. Gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Und die Frage ist jetzt, habe ich den Nier-Token in meinem Portfolio aufgenommen? Und die Antwort ist ganz klar, ja, das habe ich. Denn ich glaube, dass der Nier-Token eine Chance hat, im nächsten Bullmarkt 20x hinzulegen. Aber hat er auch eine Chance, Ethereum zu flippen irgendwann? Das werden wir jetzt mal sehen. Warum glauben eigentlich zur Zeit so viele Leute daran, dass das Nier-Protokoll eine Chance hat, eines Tages Ethereum abzulösen? Und das liegt vor allem daran, dass das Nier-Protokoll schon jetzt in der Lage sein soll, um die 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Zum Vergleich, Ethereum schafft es gerade mal auf müde 30 Transaktionen pro Sekunde und das auch nur in Verbindung mit sehr, sehr hohen Gasgebühren. Und die Gründer von des Nier-Protokolls haben das Sharding-Problem gelöst, indem sie einen neuen Algorithmus eingeführt haben und einen neuen Algorithmus erfunden haben. Dieser Algorithmus heißt Nightshade. Bei Ethereum soll das Sharding auch eines Tages kommen. Es soll eines Tages eingeführt werden. Es steht quasi am Ende dieser ganzen Ethereum 2.0 Entwicklung. Der Merch, der jetzt vor zwei, drei Wochen stattgefunden hat. Das war ja nur quasi der erste Schritt auf dem Weg zum vollständigen Ethereum 2.0. Das vollständige Ethereum 2.0 hat dann auch Sharding implementiert, soll bis dahin auch 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Allerdings gibt es noch einige andere wichtige Features, die auf der Roadmap vorher noch umgesetzt werden müssen bei Ethereum, sodass also es eher ungewiss ist, wann das Sharding und die 100.000 Transaktionen pro Sekunde bei Ethereum wirklich kommen. Außerdem verfügt das Near-Protokoll über ein weiteres spannendes Feature und das ist die sogenannte Instant Finality. Und viele wissen es vielleicht nicht, aber wenn man eine Transaktion abschickt bei Ethereum oder auch bei Bitcoin, dann ist es nicht automatisch so, dass die Transaktion, wenn sie bestätigt wurde, also wenn die zum Beispiel erfolgreich war bei Metamask Wallet, dass sie dann auch schon endgültig ist. Denn es kann immerhin sein, dass irgendetwas auf der Blockchain passiert, wie zum Beispiel ein Chainsplit oder dass bestimmte Blöcke dann verworfen werden nachträglich, sodass also die Transaktion nach der Bestätigung eigentlich noch gar nicht endgültig ist. Und bei Ethereum dauert es immerhin um die 30 Blöcke. Das ist jetzt keine exakte Zahl. Also es gibt einfach ein bisschen Ansichtssache, ab nach wie vielen Blöcken man also jetzt annehmen kann, dass eine Transaktion endgültig ist. Die liegt aber so nach allgemeinem Verständnis bei Ethereum bei 30 Blöcken. Und jeder Block dauert immerhin im Schnitt 15 Sekunden. Wir sprechen also davon, dass eine Ethereum-Transaktion immerhin noch nicht endgültig ist, endgültig auf die Blockchain, in die Blockchain aufgenommen ist, in einem Zeitraum von 7 bis 10, 12 Minuten. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass wenn man Assets von Ethereum auf eine andere Blockchain bridget, dann dauert das schon mal so 10, 20 Sekunden bis, äh Sekunden, 20 Minuten, bis also quasi die ausgehende Transaktion aus der Ethereum-Blockchain quasi verarbeitet ist. Und dann dauert es auch nochmal so 10 Minuten um den Dreh, bis die Transaktion auf der anderen Blockchain angekommen ist. Das liegt eben an der sogenannten Finality. Denn beim Bridgen muss man sich sicher sein, dass die Assets wirklich auch aus Ethereum ausgebucht wurden und dass sie auch sicher in die andere Blockchain eingebucht wurden. Dafür braucht man immerhin dann insgesamt 20 bis 30 Minuten, je nach Bridge. Und beim NIR-Protokoll ist diese Endgültigkeit sozusagen sofort erreicht. Das heißt, sobald die Transaktion auf die Blockchain geschrieben ist, auf die NIR-Blockchain, ist sie auch endgültig und kann nicht mehr zurückgenommen werden, beziehungsweise es ist statistisch quasi unmöglich, dass diese Transaktion zurückgenommen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Skalierung. Natürlich kann man sich ganz gut vorstellen. 20, 30 Minuten ist natürlich eine Zahl, die wirklich nicht skaliert. Und das ist ein Feature, das bei Ethereum sehr, sehr wahrscheinlich überhaupt nicht kommt. Oder wenn es kommt, dann steht es halt eben ganz weit am Ende der Roadmap. Diese beiden Features sind gelauncht im November 2021. Und das NIR-Protokoll konnte immerhin seitdem um die 20 Millionen User für sich gewinnen. Das ist ganz schön beachtlich, wenn man bedenkt, es handelt sich ja um einen Zeitraum von etwa 10 Monaten. Und die Hälfte davon ungefähr haben wir ja jetzt auch schon im Bärenmarkt verbracht. Und wie ihr alle wisst, sind ja die User-Zahlen im Bärenmarkt, im Kryptobereich eher rückläufig, sodass das NIR-Protokoll hier einfach mal einen satten Gegentrend gesetzt hat. Und das sind für mich aber noch nicht mal so die spannendsten Features vom NIR-Protokoll, weil also 100.000 Transaktionen, das wird sicherlich eines Tages total wichtig werden, wenn die richtige Anwendung kommt, die 100.000 Transaktionen pro Sekunde braucht. Das ist ebenso wie Instant Funality. Aber ein anderes sehr, sehr schönes Feature des NIR-Protokolls besteht einfach in den sogenannten Named Accounts. Und was kann man sich darunter vorstellen? Named Accounts, das ist eigentlich nichts anderes, als dass man sich die Adresse seines Wallets selber aussuchen kann. Also ganz im Gegensatz zu anderen Blockchains, wo man quasi irgendeinen Zahlen- und Buchstabensalat automatisch zugewiesen bekommt, den man sich nicht vernünftig merken kann und den man auch keinem Menschen mitteilen kann vernünftig. Und bei NIR kann man also im Prinzip sagen, ich hätte jetzt gern ein Wallet, das so heißt wie ich oder ich hätte gern ein Wallet, das jetzt Batman und Robin heißt oder ähnliches. Und das ist natürlich etwas, was für normale User, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung ist, wenn man startet und direkt irgendwie so quasi seinen eigenen persönlichen Teil der Blockchain hier direkt reservieren kann und dann gehört das Ding einem halt. Und ich habe mir also gedacht, das ist direkt das Erste, was ich mache. Ich installiere mir ein NIR Wallet und dann reserviere ich mir netalbo.eth. So bin ich jetzt hier auf der Website des NIR Protokolls und die ersten Worte, die einem hier direkt ins Auge springen, lauten Revolutionary Simple. Und rechts oben gibt es hier eine herzliche Einladung, einen Button, der lautet Create Account. Und da klicke ich drauf. Ich möchte mir ja jetzt einen Account erstellen. Hier das Ganze lese ich mir gar nicht erst durch. Get started. Es geht direkt los. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mir auszusuchen, wie ich meinen Account absichern möchte. Immerhin zwei Möglichkeiten. Das eine ist über eine Passphrase und das andere ist über einen Ledger. Ich habe den Ledger diese Woche ein paar Mal ausprobiert und musste leider feststellen, dass es hier noch so einige Probleme gab. Denn ich bin immer wieder in die Situation gekommen, dass mein Ledger nicht richtig auf Transaktionen, die bestätigt werden sollten, reagiert hat. Die wurden einfach auf dem Ledger nicht angezeigt. Ich konnte viele Male meine Transaktionen nicht abschicken. Und häufig war ich in der Situation, dass ich wirklich dachte, meine Assets sind zwar jetzt auf dem Ledger drauf, aber ich kann die nicht mehr versenden. Die sind also jetzt weg. Da ist noch einiges zu tun. Ich wähle deshalb jetzt hier auch die Secure Passphrase Methode aus, weil das ist einfach auch ein bisschen leichter zu erklären. Vor allem hier mit dem Video. Man müsste ja immer einen Ledger einblenden und so ist es ein bisschen schwierig. Also ich erstelle mir jetzt eine Passphrase. Die bekomme ich hier angezeigt. Und die muss ich mir natürlich notieren, weil wenn ich diese Passphrase verliere, dann komme ich nicht mehr an meine Assets ran. Mein Wallet ist für immer verloren. Das ist also eine Sache, über die ich gut nachdenken muss, wo ich diese Passphrase speichere. Diese Passphrase kopiere ich mir. Dann packe ich mir die jetzt hier für dieses Video mal in einen Texteditor, damit ich die später wieder hervorholen kann. Klicke dann hier auf Continue. Und jetzt muss ich das achte Wort hier raussuchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das lautet Syrup, gebe ich das hier ein, verifiziere das Ganze und dann bin ich auch schon in meinem Wallet drin. Und hier oben das, das ist also jetzt quasi meine Adresse, meine Wallet-Adresse. Super, ich fand diesen Prozess jetzt eigentlich relativ flott. Da ich ja jetzt auch mir schon öfter mal Kryptowallets eingerichtet habe, ist mir das Ganze mit der Passphrase auch ziemlich vertraut. Und ich habe hier natürlich noch gar nichts in meinem Wallet drin. Ich kann hier was versenden, kann ich natürlich nicht, weil ich nichts habe. Ich kann was empfangen, dann kann ich mir hier meine Adresse anzeigen lassen. Und diese Adresse, die brauche ich natürlich jetzt, weil wenn ich mir jetzt auf einem Exchange Near Tokens kaufe, dann muss ich die hier rüberziehen auf mein Wallet. Also dafür brauche ich diese Adresse. Allerdings habe ich ja jetzt schon wieder so einen Buchstaben- und Zahlensalat als Wallet-Adresse bekommen. Und eigentlich wollte ich mir ja meinen eigenen Namen hier irgendwie reservieren. Und wenn ich jetzt hier mal schaue und überlege, wo könnte das machbar sein, wo könnte das möglich sein? Hier unter Accounts ist nichts zu finden. Unter Staking wird es wahrscheinlich auch nicht stehen, also ist ja irgendwie unwahrscheinlich. Und unter Wallet ist auch nichts zu sehen. Und hier steht schon, also ich habe da wirklich letzte Woche ziemlich lange dran gerätselt. Und hier unten steht aber schon, ich muss erstmal Near kaufen. Ich muss Near Tokens in meinem Wallet haben, bevor ich hier alle Features zur Verfügung habe. Und deshalb besorge ich mir jetzt einfach erstmal ein paar Near Tokens, zum Beispiel bei Kraken oder bei Binance. Die gibt es aber inzwischen bei einer ganzen Menge verschiedener Krypto-Exchanges. Ja, und während wir jetzt hier auf die Near Tokens warten, können wir eigentlich auch mal einen kleinen Blick auf die Tokenomics des Near Tokens werfen. Der Near Token ist eigentlich mehr oder weniger dem Gesamtmarkt gefolgt im Preis. Vor allem seit dem großen Upgrade im November 2021, wo der Nightshade-Algorithmus und Doomslag eingeführt wurden. Und hat sein All-Time-High dann bei 20 US-Dollar im April 2022 erreicht. Seitdem eigentlich eine drastische Abwärtstendenz, die aber im Grunde ja den gesamten Markt betrifft. Insofern ist hier der Near Token auch keine große Ausnahme. Aktuell notiert der Near Token jetzt Stand heute also bei 3,50 Dollar. Und es ist eigentlich auch damit zu rechnen, dass jetzt in nächster Zeit der Near Token nicht wirklich einen anderen Verlauf nimmt als alle anderen Preise im Kryptomarkt. Es gibt zur Zeit insgesamt etwas mehr als eine Milliarde Near Tokens. Und das liegt daran, dass der Near Token schon vor dem Upgrade im November 2021 da war. Anfangs waren es insgesamt eine Milliarde beim Launch des Near Tokens. Und dann sind jedes Jahr durch die Inflation, die im Near Protokoll eingebaut ist, 5% hinzugekommen. Sodass wir jetzt nach zwei, drei Jahren also etwas mehr als eine Milliarde Tokens insgesamt haben. Die sind aber noch nicht alle im Umlauf. Denn die Tokens, die quasi am Anfang rausgegeben wurden, die sind erstmal quasi gewestet, heißt das. Also diejenigen, die die Tokens bekommen haben, können die jetzt noch nicht vollständig ausgeben, sondern die werden nach und nach erst über die nächsten Jahre freigeschaltet. Der Prozess soll Ende 2025 zu Ende sein. Also Ende 2025 sind alle Tokens, die beim Token Launch vergeben wurden, dann auch frei. Und daher die Idee dahinter ist natürlich ganz klar, dass man nicht möchte, dass diejenigen, die früh Tokens bekommen haben, jetzt alles auf die Community dampen und den Preis runterdrücken. Ich habe einfach mal alles zusammengerechnet, was man so im Entferntesten als Community bezeichnen könnte. Und dann kommt man auf einen Anteil von ungefähr 67%, der an die Community gegangen ist. Da habe ich aber auch sowas wie Infrastructure Grants. Das sind quasi Förderprogramme für Infrastruktur. Ich gehe mal davon aus, da geht es um Server oder ähnliches, die also quasi Proof of Stake machen. Irgendwie, warum sollten jetzt die Validatoren, die Proof of Stake machen, nicht zur Community gehören? Also habe ich das mal als Community draufgerät, zur Community zugeschlagen. 67% gehen an die Community, 10% gehen an die Near Foundation. Die Near Foundation, das ist im Grunde eine Art Legal Entity. Also man könnte sagen, auf Deutsch eine Rechtsperson. Alle Blockchains brauchen im Grunde sowas wie eine Foundation. Also nicht alle, aber es ist eine gute Idee, eine Foundation zu haben. Denn wenn das Projekt Near, wenn das Near-Protokoll in irgendeiner Form mit der echten Welt interagieren muss, zum Beispiel Verträge abschließt oder so, muss die ja irgendeiner unterzeichnen. Es kann ja nicht die Community sein oder irgendein gewählter Klassensprecher oder so. Das muss also im Grunde irgendwie eine Rechtsperson, eine Stiftung, ein Verein oder so sein. Da wird also sehr häufig eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung braucht Personal, ist ja klar. Und weil die Stiftung Personal hat, braucht die Stiftung Geld. Und deshalb hat man also der Stiftung 10% des gesamten Token Supplies erstmal zugesprochen. Und 24% insgesamt gehen an Venture Capital, darunter unter anderem Pantera Capital und Andreessen Horowitz, also Big Names, quasi Big Players. Aber auch die sind diesem Vesting Schedule unterlegen. Also sie können auch nicht ihre Tokens auf einmal dumpen. Wenn euch interessiert, wer alles quasi hier Venture Capital zur Verfügung gestellt hat, der kann das nachlesen auf der Webseite der NIR Foundation im Wiki. Link werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Und der NIR Token hat eine eingebaute Inflation von 5% pro Jahr. Das ist ja tatsächlich gar nicht mal so viel. Wir sind ja inzwischen auch aus der echten Welt ganz andere Inflationszahlen gewohnt. So um die 10% sind ja auch nicht ungewöhnlich und hier ist also quasi die Hälfte immerhin gar nicht mal so schlecht. Und diese 5% die gehen an die Proof-of-Stake Teilnehmer, also an diejenigen, die quasi diesen Konsensalgorithmus, den Proof-of-Stake Algorithmus zur Verfügung stellen. Oder ganz einfach gesagt diejenigen, die Server bereitstellen. Das kann jeder machen. Es gibt irgendwie auch eine Anleitung, wie man einen eigenen Stacking Server, Stacking Node betreibt. Sodass also im Grunde die 5% nach und nach jedes Jahr über das Mining, beziehungsweise über den Proof-of-Stake Algorithmus besser gesagt, dann an die Community gehen. Und jetzt freue ich mich, dass inzwischen die NIR Tokens in meinem Wallet angekommen sind. Ich habe mir eben bei Kraken 250 NIR gekauft und die dann hier aufs Wallet übertragen. Die sind zur Zeit 907 Dollar wert. Achtet jetzt nicht so auf den Kurs, weil der ist inzwischen gestiegen. Die Folien, die ich gezeigt habe, sind schon einen Tag alt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 3,70 Dollar oder so schon beim NIR Token. Aber der kann auch, wenn ihr das Video guckt, schon wieder unten sein, sind halt diese üblichen Kursschwankungen hier im Bärenmarkt. Solange der NIR Token jetzt nicht auf 30 Dollar ist oder auf 3 Cent ist, alles nichts Ungewöhnliches. Und jetzt, genau jetzt, also wo ich diese Tokens in meinem Wallet habe, da bekomme ich hier die Möglichkeit, mir meinen Namen auszusuchen über diesen Knopf. Add a Custom Address. Und wenn ihr das hier irgendwie nachmacht und das sieht noch so bei euch aus, dann gibt es hier unten diesen Knopf, diesen weißen kleinen Punkt. Wenn man den anklickt, dann landet man hier eben auf diesem, was weiß ich, Feld oder wie auch immer das heißt. Also hier auf diese Anzeige und hier kann man den Knopf drücken, add a Custom Address. Und dann kann ich mir hier einen Wallet-Namen aussuchen. Dann sagen wir mal, ich nehme jetzt mal einen Wallet-Namen, den nenne ich Crypto Heroes. Ja, ach Mist, der ist natürlich schon weg. Schade. Naja, dann nehme ich mal lieber meinen eigenen Namen und zwar NetAlbo. NetAlbo ist zum Glück noch frei. Dann reserviere ich mir den direkt und jetzt kann ich mir auch wieder aussuchen, wie ich dieses Account sichern möchte mit der Passphrase oder dem Ledger. Ja, das mache ich jetzt mit der Passphrase. Kopiere mir die Passphrase hier rüber in meinen Texteditor, damit ich die dann später weiterverwenden kann. Klick auf Continue. Muss das erste Wort der Passphrase eingeben. Und dann muss ich mir 0,1 Near mindestens auf dieses Account, auf das neue Account mit meinem Namen überweisen. Dafür nehme ich natürlich das alte Account. Das wird hier angezeigt, wo schon Near Tokens drauf sind. Klick auf Next. Gehe auf Approve. Und nach einer gewissen Zeit ist das Account dann fertig erstellt. Ich habe mich auch mal ein bisschen im Near Ökosystem umgeschaut und die wichtigste Anwendung, der wichtigste Kunde quasi des Near Protokolls ist der Sweatcoin. Der Sweatcoin ist eine Art Move to Earn App. Also im Klartext, man hat so eine Art Fitness Tracker oder sowas. Und je mehr man sich bewegt, desto mehr Punkte bekommt man, die sogenannten Sweatcoins. Sweatcoins waren aber ursprünglich gar keine Kryptowährung, sondern eher sowas wie ein Flugmalensystem, das also quasi komplett off-chain war. Aber ist seit ganz kurzer Zeit auch wirklich eine Kryptowährung. Der Sweat Token und der läuft auf dem Near Protokoll. Und wie man hier sieht, hat also der Sweatcoin offenbar mehr als 100 Millionen User. Und man sieht auch, dass der Sweat Token tatsächlich die allermeisten Transaktionen auf dem Near Protokoll verursacht. Wenn man jetzt mal so richtig einsteigen möchte ins Near Ökosystem, dann empfiehlt sich mal ein erster Stopp auf Awesome Near. Hier, das ist quasi eine Liste, die auch immer weiter gepflegt wird mit Projekten, die auf Near gestartet sind. Und hier werden über 800 Projekte angegeben. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Ich denke mal, hier ist alles aufgelistet, was überhaupt irgendwann mal mit dem Near Protokoll im Entferntesten in Berührung gekommen ist. Hier sind aber zwei sehr wichtige Projekte genannt. Und zwar einmal ist das Aurora und Octopus. Aurora, das ist eine Ethereum-kompatible Ebene, die auf dem Near Protokoll aufsetzt. Also das heißt, man kann auf Aurora alles kopieren, rüberkopieren und installieren, was auf Ethereum läuft oder auf anderen Ethereum-kompatiblen Blockchains. Wie zum Beispiel der Binance Smart Chain oder Phantom Polygon und so weiter. Und auf Aurora kann man dann mit Metamask arbeiten. Man muss also nicht mit dem Near Wallet arbeiten. Natürlich die Projekte, die nur auf Near laufen, nicht auf Aurora auf der übergeordneten Schicht, die arbeiten nicht mit Metamask. Aber alles, was auf Aurora gestartet wird, das arbeitet auch mit Metamask. Und das bietet das Riesenpotenzial, dass zum Beispiel große Anwendungen wie Aave, Curve, Uniswap und ähnliches eines Tages vielleicht mal auf Aurora gelauncht werden. Und damit dann natürlich eine ganz andere Usergruppe ansprechen wird, als die Experten, die jetzt quasi Near ausprobieren. Und Octopus, das ist ein Netzwerk aus verschiedenen Blockchains. Und zwar immer, wenn eine Anwendung, eine spezielle Anwendung eine eigene Blockchain braucht, dann kann man die auf Octopus starten. Das erinnert so ein bisschen an Polkadot mit den Parachains oder an Cosmos auch, wo also quasi viele Blockchains parallel laufen und irgendwie in irgendeiner Form miteinander vernetzt sind. Und auch das basiert auf dem Near-Protokoll. Insofern gibt es also viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie hier neue Projekte demnächst mal irgendwann starten können. Sehr wichtig ist auch die Rainbow Bridge. Mit der Rainbow Bridge kann man Assets von allen möglichen Blockchains, insbesondere von Ethereum, auf Near rüberbringen. Zum Beispiel auch Stablecoins wie den USDC oder den USDT oder ähnliches, wenn man möchte, Ethereum, bestimmte Bitcoin-Varianten und so weiter. Das erweitert natürlich dann das Near-Ökosystem auch um einige sehr spannende und sehr gebräuchliche Assets. Kann der Near-Token den Ether im nächsten Bullenmarkt oder vielleicht sogar vorher schon flippen? Und meine Antwort darauf lautet, leider glaube ich das nicht. Denn Ethereum hat einfach eine ganz andere Reputation, eine ganz andere Seriosität. Und das liegt vor allem daran, dass Ethereum natürlich ein alter Hase ist. Ethereum hat schon jede Menge auf dem Buckel, hat einiges an Krisen gemeistert, hat den Merch, der jetzt gewesen ist, ganz erfolgreich durchgezogen. Und das ist etwas, worauf institutionelle Anleger in allererster Linie schauen werden, wenn jetzt wieder großes Kapital in den Markt fließt, wie zum Beispiel in einem möglichen Bull Run. Und da ist das Near-Protokoll einfach wirklich noch viel zu jung, viel zu frisch. Ich denke, das ist eher was für kleinere Allokationen von Kapital. Und das kann sich natürlich sehr, sehr, sehr schnell ändern, wenn plötzlich Anwendungen um die Ecke kommen, die 100.000 Transaktionen pro Sekunde erfordern. Oder Instant Funality, am besten beides. Dann hätte das Near-Protokoll durchaus eine Chance gegen Ethereum, vor allem wenn Ethereum es nicht schafft, vor dem nächsten Bullenmarkt mal zu liefern. Und auch die Skalierbarkeit auf 100.000 Transaktionen hochzuschrauben. Allerdings muss man dann auch sagen, es gibt auch noch ganz andere Mitbewerber für das Near-Protokoll, die ähnliche Features aufweisen. In erster Linie wäre da dann natürlich Solana zu nennen. An Solana müsste das Near-Protokoll dann auch erstmal vorbeikommen. Und Solana wird immerhin groß unterstützt von FTX. Und das ist ja nun einer der größten Exchanges der Welt. Überhaupt einer der größten Kryptoinvestoren steht dahinter. Sam Bankman-Fried. Auch das müsste das Near-Protokoll in irgendeiner Weise wettmachen. Und das ist also sehr, sehr unwahrscheinlich. Also für mich hat das Near-Protokoll allerdings auch das Versprechen vom Anfang von der Website revolutionary simple nicht wirklich eingelöst. Denn der Wallet-Erstellungsprozess, den ich jetzt hier gemacht habe, der war eigentlich nicht wirklich revolutionär. Es war nichts Besonderes. Man erstellt ein Wallet über ein Ledger oder über eine Passphrase, die man irgendwo speichern muss. Und dann wurde das Ganze auch noch irgendwie unnötig kompliziert, weil ich mir nicht direkt am Anfang einen Namen reservieren konnte. Ja, ich verstehe, dass man dafür erstmal Gas braucht, weil sonst könnte man sich in irgendeiner Form unendlich viele Namen reservieren, wenn man nichts dafür bezahlt. Aber hier wäre eigentlich eine ganz, ganz andere Lösung gefragt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich quasi in der Standard-Einstellung, wenn ich mein Wallet gerade erst erstellt habe, dass ich nirgendwo ein Passwort eingeben muss, um meine Kohle auszugeben. Das heißt also, ich muss erstmal irgendwo eine 2FA, Zwei-Faktor-Autorisierung einrichten. Das findet sich irgendwo in den Account-Einstellungen. Es wird aber nirgendwo darauf hingewiesen, wie wichtig das eigentlich ist, weil wenn mein Laptop hier oder der Rechner offen rumsteht und jemand geht an den Rechner ran, kann er im Grunde das ganze Wallet leerräumen, weil es wird nirgendwo ein Passwort abgefragt. Also gerade an der Stelle, wo man einsteigt, also auf der Webseite mit dem Create-Button, wo die direkte Aufforderung kommt, sich ein Account zu erstellen, müsste das Protokoll eigentlich mit seinen Features glänzen. Tut es aber nicht. Es ist nicht wirklich einfach, ein Wallet einzurichten. Es ist auch nichts Besonderes, Revolutionäres an dem Vorgang. Es ist im Grunde ein ganz normaler Wallet-Einrichtungsprozess mit einer Passphrase. Und man muss dazu sagen, Transaktionen dauern auch relativ lange, also gefühlt 10, 20 Sekunden, jedenfalls im aktuellen Zustand. Und auch das widerspricht sich ein bisschen mit Instant Finality. Ich weiß auch, dass es technisch was anderes ist und dass Instant Finality durchaus existieren kann, obwohl die Transaktionen 10 Sekunden brauchen. Aber das versteht natürlich irgendwie ein normaler User nicht. Wenn Instant Finality ein Argument ist, müssten die Transaktionen eigentlich sofort durchgehen. Also das NEAR-Protokoll hat auf jeden Fall noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, hat aber aus meiner Sicht auch eine ganze Menge Potenzial. Ich habe mir wirklich abgewöhnt, Projekte anhand eines frühen Standes schon zu verurteilen. Und deshalb habe ich auch beschlossen, ein bisschen was in das NEAR-Protokoll zu investieren. Meine Idee hinter der Investition ist, dass ich nicht glaube, dass Ethereum im nächsten Bullmark nochmal ein 20x hinlegen wird. Ich glaube eher realistisch ist so ein 2x bis maximal 10x. Dafür ist die Marktkapitalisierung von Ethereum jetzt schon zu groß. Man käme da also auf eine absurde Marktkapitalisierung, wenn es jetzt sich nochmal verzwanzigfachen würde. Allerdings ist das auch nur der aktuelle Stand, die aktuelle Sichtweise. Wer weiß, was noch alles kommt. Und womöglich, also ich denke mal, Krypto hat definitiv das Potenzial für sehr viel höhere Marktkapitalisierung. Das würde aber dann schon voraussetzen, dass Dinge passieren, wie das plötzlich eine große Zentralbank, ein Zentralbank-Coin, CBDC, also eine Zentralbank-Währung rausbringen würde auf der Ethereum-Blockchain oder ähnliches. Das ist aktuell nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Die Zentralbanken sind da eher komplett anderer Meinung. Aber wer weiß, was noch kommt. So bis zum nächsten Bullmark ist es ja womöglich sogar noch ein bisschen hin. Dagegen, das Near-Protokoll ist noch sehr klein. Wir sind noch so, so früh. Und es gibt auch noch so einiges an Arbeit zu erledigen. Aber wenn plötzlich Anwendungen um die Ecke kämen, die so 100.000 Transaktionen pro Sekunde benötigen würden, dann wäre das Near-Protokoll auf jeden Fall in der Lage, im nächsten Bullmark auch ein 20x, wenn nicht sogar noch mehr hinzulegen. Hängt einfach davon ab, wie groß wird Krypto dann. Was wäre das so für eine Anwendung? Zurzeit würde man da, glaube ich, eher so, würde ich so denken, ein Gaming-Projekt, ein bestimmtes, das viele Transaktionen braucht. Oder irgendein Metaverse-Projekt. Das wäre, glaube ich, so etwas, was am ehesten High-Speed-Trading im DeFi-Bereich vielleicht, also was am ehesten solche Größenordnungen benötigen würde. Zahlungsdienstleister, sowas wie Visa oder Mastercard, das wären so Ideen. Aber ist im Moment alles wirklich noch gar nicht in Sicht. Insofern ist diese Investition, die ich gemacht habe, durchaus riskant. Also es gibt ein sehr großes Potenzial. Die Risiken bestehen aber zum Beispiel darin, dass Ethereum jetzt einfach doch liefert und plötzlich auch 100.000 Transaktionen pro Sekunde machen würde. Dann wäre das doch eher unwahrscheinlich, dass das Nier-Protokoll hier irgendwie überholt. Außer das Nier-Protokoll schafft es dann wieder irgendein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und zurzeit gibt es einfach noch keine Killer-App, die das jetzt hier bringen würde. Womöglich, wenn jetzt auch gar keine kommt, dann ist natürlich das Nier-Protokoll irgendwo auch nicht in der Lage, hier zu punkten. Andere Sachen, klar, also das Team kann kaputt gehen. Sicherheitslücken irgendwie, die 100.000 Transaktionen pro Sekunde sind nur heiße Luft und ähnliche Sachen. Kann ja auch alles sein. Denn zurzeit laufen definitiv keine 100.000 Transaktionen pro Sekunde auf dem Nier-Protokoll. Also alle möglichen Risiken sind da und deshalb habe ich auch beschlossen, hier erstmal nur eine kleine Summe zu investieren. Es ist also eher eine kleine Allokation. Ungefähr so ein bis zwei Prozent meines Gesamtvolumens würde ich also 20.000 Euro insgesamt in Krypto investieren. Jetzt hier im Bärenmarkt, dann würde ich hier von einer Investition von 200 bis 400 Euro sprechen, nicht viel mehr. Wenn ich dann in 20x drauf schlage, dann weiß ich ungefähr, wie viel das wäre, wie hoch das Potenzial ist. Beim Gesamtinvest von 20.000 ist das ja schon mal erstmal ganz gut. Natürlich stake ich meine Nier-Tokens, solange die APY über 10 Prozent liegt. Und wenn die APY auf unter 10 Prozent liegt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das die Mühe und das Risiko für mich nicht mehr wert. Dann würde ich die Nier-Tokens aus dem Staking rausholen und irgendwie in irgendeiner anderen Form verwerten oder einfach nur hodeln. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite über das Nier-Protokoll. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Infos bringen und vielleicht sogar helfen bei der Entscheidung, ob ihr selber in das Nier-Protokoll investieren möchtet. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie doch bitte einfach in die Kommentare rein. Oder wenn ihr eigene Erfahrungen mit Nier gemacht habt oder wenn ihr irgendwelche coolen Projekte kennt, die auf Nier laufen. Oder wenn ihr einfach nur mal eine Meinung zum Nier-Protokoll loswerden wollt, kann der Nier-Token den ITER flippen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bisher habe ich es geschafft, noch jeden einzelnen Kommentar zu beantworten. Das liegt daran, dass ich quasi 24x7 Krypto mache und ich träume nachts von Krypto. Und jetzt freue ich mich erstmal auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss.